Hallo und willkommen zurück, dieses Mal wieder mit Auto-Key und ja, mit der Maus. Die Maus ist natürlich ein mächtiges Tool und ich glaube so manch einer hatte schon Wünsche, dass man den Desktop cool automatisieren kann mit Mausklicks. Sei es für irgendwelche Browser-Games, ich kenne das ganze Spiel, ich weiß genau warum ihr hier seid, keine Sorge. Oder sei es für irgendwelche Farm-Bots oder sonstiges Zeug. Ich benutze tatsächlich keins mehr für diese Zwecke. Warum eigentlich nicht? Weil ich keine Browser-Games mehr spiele, deswegen wahrscheinlich. Aber ich benutze trotzdem, also Maus benutze ich relativ selten in meinen Skripts, weil ich versuche alles über die Tastatur zu machen. Denn Maus ist ein kleines bisschen, nun ja, nicht ganz genau. Aber wir werden sehen, was das Problem ist. Denn wenn wir mit der Maus klicken, müssen wir ja wirklich angeben, wohin wir klicken wollen. Und das will ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Da wird auch wahrscheinlich mein Computer-Layout ein kleines Hindernis sein. Aber wir werden gleich sehen, was da passiert. Okay, also wir haben erstmal mit Mausklick-Bodenstrich-Absolute. Vergiss das eh hinten nicht. Für die, die aus deutschsprachigem Raum kommen, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und dann können wir hier angeben, wohin wir klicken wollen. Ich mache jetzt hier einfach mal 0, 0. Das ist quasi an Koordinate 0, 0 wird geklickt. Okay, und dann können wir angeben, mit welchem Maus-Button wir klicken. Das heißt, entweder 1, 2 oder 3. Die gehen von links nach rechts durch. Das heißt, 1 ist links, 2 ist Mitte, 3 ist rechts. Wobei Mitte meint, bei den meisten Tasten, wenn ihr auf das Mausrad draufklickt, das ist normalerweise der zweite Button. Und Rechtsklick und Linksklick. Also relativ eindeutig. Wenn wir links klicken, dann ist das so ziemlich der Standard, würde ich mal behaupten. Aber es gibt natürlich auch Applikationen, wo man rechts klicken muss, um irgendwas zu tun. Das ist dann natürlich auch relevant. Das heißt, ihr wisst jetzt, wie ihr es macht. Aber wenn wir jetzt das ganze Ding ausführen, ich speichere mal ganz kurz und führe es mal aus, dann sehen wir, dass eigentlich nicht wirklich was passiert ist. Und das ist das Coole auf der einen Seite an diesem Skript. Und zwar, es bewegt eigentlich die Maus gar nicht von selbst. Es macht einfach nur diese Klicksimulation. Aber die Maus bleibt trotzdem an dieser Stelle hier. Also ich kann jetzt trotzdem einen Klick simulieren an Stelle 0, 0. Cool. Problem ist, Stelle 0, 0 ist bei mir absolut ganz weit weg. Das heißt, ich werde hier jetzt irgendwas eingeben müssen, wo ich glaube, dass es irgendwie relevant ist. Und das heißt, ich kann jetzt hier sowas eingeben wie, was wird das sein? Was x angeht, bleiben wir einfach mal bei so circa 50. Und was das angeht, brauche ich so circa 1200, glaube ich. Weil, ja, wir gucken mal. Nein. Ja, also ich habe offensichtlich mit 50, 50 auf jeden Fall mal meinen Desktop-Hintergrund erwischt. Das ist aber natürlich absolut, absolut nicht akkurat. Also ihr müsst da wirklich aufpassen, was ihr da quasi macht. Ich muss jetzt übrigens auch hier über Tools und dann Run Current Script, musste ich das Ganze machen. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt das, was man haben möchte. Und deswegen ist Mausklick absolut meistens nicht das, was ihr haben wollt. Außer ihr wisst exakt, wo ihr hinklicken wollt, was die Pixel sind und so weiter und so fort. Viel interessanter wird es da, wenn wir das relativ machen. Das heißt, relativ von dem aktiven Fenster. Jetzt muss man natürlich immer überlegen, was ist ein aktives Fenster. Und da haben wir zum Beispiel dieses Auto-Key-Fenster hier. Das ist aktiv gerade. Das sehe ich auch unten in meiner Taskleiste immer. Das ist dann mit so einem blauen Button, äh, so einem blauen Balken markiert. In, ähm, in Arch oder in Cinnamon besser gesagt. Auf der anderen Seite habe ich hier zum Beispiel dieses Fenster. Wenn ich ein Fenster bewege gerade, dann ist es aktiv. Jetzt ist Auto-Key aktiv, jetzt ist Simple Screen Recorder aktiv. Das ist quasi meine Aufnahmesoftware. Ja, ähm, und ja, das heißt, ich kann immer relativ vom aktiven Fenster klicken, okay? Und das mache ich mit einfach relativen Klicken. Das heißt, ich kann hier statt absolut, kann ich relative sagen, ja? Und wenn ich jetzt hier 50-50 mache, bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme. Ich mache jetzt allerdings mal wieder einen Linksklick, keinen Rechtsklick. Und führe das Skript mal aus. Und das sieht folgendermaßen aus. Jetzt kann ich hier auswählen, Folder, Subfolder. Das heißt, ich bin auf New gegangen. Wir sehen es auch, das Ding ist leicht gehighlighted. Aber das Context-Information-Dingsfeld hier kommt trotzdem hier an meiner Maus raus, okay? Das heißt, damit könnte ich jetzt zum Beispiel ein neues Skript erstellen. Ähm, ich kann natürlich auch hingehen und sagen, ich möchte das Ganze vielleicht nicht bei 50-50, sondern bei 50-10 oder so haben. Und dann sehen wir hier, okay, ich klicke auf Edit. Äh, nicht unbedingt das, was ich wollte. Ich wollte ein bisschen weiter links. Dann machen wir hier auch einen 10er draus. Und dann klicken wir hier, so. Ähm, das verwirrt natürlich die ganzen grafischen Oberflächen ein bisschen hier. Ihr habt gesehen, das Ding hier bleibt einfach gehighlighted. Ähm, was wir natürlich eigentlich nicht haben wollen. So, jetzt klicken wir nochmal. Ähm, und wir sehen, wir klicken auf File. Aber das Problem ist, wenn wir nicht mit der Maus auf File drauf sind, dann öffnet sich dieser Dialog nicht. Das heißt, für viele Sachen ist das leider nicht wirklich machbar. Aber eben für solche Dinge wie ein Klick im Browser oder sowas ist das absolut machbar. Und für was ich diese Art von Skripten sehr stark empfehlen kann, ist eben solche Automatisierbots da für Browsergames oder sowas. Das könnt ihr ruhig machen. Ähm, hab ich definitiv kein Problem damit. Aber was ihr auch damit machen könnt, ist eure grafischen Oberflächen, wenn ihr welche schreibt, zum Beispiel PyQT oder sowas, zu testen. Denn die Dinger hier klicken ja wirklich relativ vom aktiven Fenster. Und bei den grafischen Oberflächen müsst ihr ja auch immer angeben, wo ihr eigentlich gerade hinklickt. Und das ist ganz angenehm, wenn man das mal machen möchte. Denn damit könnt ihr solche Tests zum Beispiel auch automatisieren, falls ihr da drauf Lust habt. So, es gibt noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen möchte. Dann haben wir es eigentlich mit den Mausdingern auch schon. Ähm, und zwar könnt ihr damit dann relativ nicht zum Fenster anfangen. Also der Fensteranfang ist hier links oben, ja. Aber ihr könnt relativ zu dem, zu der Position eurer Maus klicken. Das ist irgendwie interessant, aber glaube ich nicht so einfach zu verwenden. Also ich habe das tatsächlich noch nie verwendet, weil ich den Sinn davon nicht ganz sehe. Das heißt, ich habe meine Maus irgendwo und klicke dann, ja, ein paar Pixel nebendran. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, da kann ich auch gleich meine Maus hinbewegen. Da bin ich normalerweise schneller. Okay, aber wir können das tun. Ähm, und wir machen hier mal wieder einen Rechtsklick. Achtung, ganz kurz, wenn ich hier, ähm, wir machen hier eine 3. Wenn ich hier rechts klicke drin, dann sehen wir rückgängig Emoticon einfügen, alle aus, alles auswählen, äh, einfügen und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, das machen wir jetzt hier einfach mal. Und dann sagen wir hier Stau und G und dann sehen wir hier, dass nichts passiert. Ähm, was einfach da dran liegt, dass ich hier oben, glaube ich, draufklicken muss. Was aber dann auch wieder schwierig ist. Ah, jetzt hier URL kopieren zum Beispiel. Dann klicke ich etwas weiter rechts davon. Dann habe ich hier drauf geklickt. Also ihr habt es gesehen. Es klickt einfach und es klickt vor allem nur, wenn ich hier auf diesen Button klicke. Mit Hotkey funktioniert das nicht richtig. Ähm, deswegen würde ich euch das vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Zumindest nicht ohne Kombination von Relative und aktivem Fenster. Und Fenster generell, die wir auch noch behandeln wollen. Das heißt, wir werden uns noch angucken, wie wir mit Fenstern umgehen können. Ja, und wie wir auch mit der Tastatur umgehen können. Denn das ist auch relativ wichtig. Das benutze ich eigentlich am allermeisten. Und ja, das heißt, wir sehen uns beim, oder wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao.